Und heute kann niemand sagen oder behaupten, es handelt sich hier um ein technisches Versehen, weil die Fakten, die mittlerweile alle bekannt sind und die ich rausbekommen oder bekommen habe aus internen Quellen, aus erster Hand, alles andere belegen, als dass es ein technisches oder menschliches Versehen war. Hallo und herzlich willkommen. Die Überwachung des deutschen Nanny-Staates hat neue Sphären erreicht. Wenn Sie Kunde der Sparkasse sind und an die AfD spenden, kann es gut sein, dass Sie demnächst ein Drohschreiben erreicht. Die Sparkasse schaut nämlich ganz genau darauf, was Sie mit Ihrem Geld tun und versucht mit unlauteren Mitteln, Sie auf den linksgrünen Weg der angeblichen Vernunft zu bringen. Ich spreche heute zum einen mit Kai Gottschalk von der AfD-Bundestagsfraktion, aber auch mit einem Informanten der Sparkasse, der exklusiv über die Vorkommnisse hinter verschlossenen Türen berichtet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Seidler. Jetzt sprechen wir mal darüber, was konkret passiert ist. Es geht um Spenden an die AfD und ein Drohschreiben. Alles beginnt bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd. Was genau ist passiert? Was genau ist passiert? Ein Mitglied wollte einen Betrag von Euro 430 entsprechend an die AfD überweisen. Der enthielt Spende und normalen Beitrag. Und ein spezielles Geldüberwachungsprogramm, das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte, hat dann diesen Kunden als Terrorismus- und Geldwäsche-Verdachtsfall ausgeworfen. Und der Geldwäsche-Beauftragte, uns liegt auch das Originaldokument in Kopie vor, hat dann ganz brav mit einer Textbau-Empfehlung und Textbaustein-Empfehlung an die entsprechende Sachbearbeitung empfohlen, den Kunden sehr scharf. Ich würde auch sagen, das ist schon eine Drohung, die da zwischen den Zeilen mitschwingt, wenn das nochmal vorkommt. Und er soll da sein Verhalten überdenken. Auch das Schreiben liegt uns ja vor, dankenswerterweise, dass ein Mensch so mutig war. Ja, und dann wurde, als uns dieser Fall bekannt wurde, ich habe dann sofort reagiert, nachdem er mich informiert hat, habe also die Sparkasse, den Vorstandsvorsitzenden angeschrieben, wie auch den Sparkassen- und Giroverband, Prof. Dr. Reuter. Da habe ich dann auch gelernt, es gibt einen Politreferenten, der dann die Aussagen des Vorstandes der Sparkasse Mittelfranken-Süd und des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes harmoniert, koordiniert und synchronisiert, so dass er dann für beide gesprochen hat. Und aus meiner Sicht ist die Antwort A, unvollständig, weil wir haben einen klaren Fragenkatalog, den entsprechend zugesendet. Und zweitens, das ist meine Ansicht, hat man uns schlichtweg angelogen. Und man hat dann behauptet, das sei ein Versehen, aus Versehen ist dies geschehen, eine peinliche Panne kommt nicht wieder vor. Nur wir haben ja den Beleg, dass diese Angaben mit einem Betrag, der klar definiert ist, und der Bezeichnung AfD in einem Programm, das heißt, glaube ich, Sirion AML, also all diese Pro AML gibt es auch im Geldwäsche-Bereich. Wenn wir jetzt bei der FIU und anderen Organisationen sind, da laufen Programme drüber, die haben so einen gleichen Typ. Und ich glaube, wir stimmen überein, wenn jemand erstens in einem Programm einen Betrag hinterlegt, in einem Programm, das über alle Überweisungen läuft, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuschließen, einen Betrag und die Bezeichnung AfD eingibt in dieses Programm, dieses Programm dann programmierungsgemäß entsprechend auswirft, ein Geldwäsche-Beauftragter dann die Sachbearbeiterin, Kundenbetreuerin anschreibt mit einer Textbauempfehlung, dann kann es sich hier nicht um ein Versehen handeln. Das kam ja alles zustande, weil sich ein Informant bei Ihnen gemeldet hat. Wir konnten jetzt im Vorfeld dieser Sendung mit diesem Informanten sprechen. Wir werden ihn anonymisieren, aber wir schauen uns das Ganze einmal an. Gerne. Diese Meldungen, diese Verdachtsmeldungen begründen auf dem Geldwäsche-Gesetz, da ist die Bank also sehr, sehr schnell dabei. Auch bei dem Zahlungsverhalten der Kunden, die mit Terrorfinanzieren und Geldwäsche null zu tun haben. Natürlich wird das Ganze über den Geldwäsche-Beauftragten weitergemeldet an die zuständige Finanzbehörde. Und heute kann niemand sagen oder behaupten, es handelt sich hier um ein technisches Versehen, weil die Fakten, die mittlerweile alle bekannt sind und die ich rausbekommen oder bekommen habe aus internen Quellen, aus erster Hand, alles andere belegen, als dass es ein technisches oder menschliches Versehen war, sondern alles auf Anweisung und Anordnung hin passiert ist. Da sieht man, dass die AfD, ja gut, die Sparkasse hat ein rotes Logo, rote Farbe, ist eine rote Bank und dementsprechend verhält sie sich auch gegenüber der Opposition, speziell der einzigen Opposition der AfD. Und da sieht man, an welchen Fronten die AfD bekämpft wird. Nicht nur medial, politisch, sondern auch im finanziellen Sektor. Weil was hier für Strukturen im Hintergrund laufen, das sind kriminelle Machenschaften. Ganz klar, was der Informant sagt. Es ist menschlich aktiv verursacht, wie Sie eben auch schon gemutmaßt haben. Das war ein Monitoring wirklich mit System, was hier passiert ist. Und was ich auch interessant finde, alles immer unter diesem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Hier wird die AfD mit Terrorismus gleichgesetzt. Wie bewerten Sie jetzt die Aussage des Informanten? Es bestärkt uns, glaube ich, alle als, ich nenne mal, wahre Demokraten, echte Demokraten, dass Nancy Faeser und auch die Öffentlichkeit mit all dieser orchestrierten Inszenierung und den Maßnahmen, das angebliche Potsdamer Treffen, die Verteufelung, selbst die New York Times, die Neue Zürcher nimmt das Thema auf, dass hier wirklich gegen konservative Menschen vorgegangen wird. Rechts ist überhaupt nicht schlimm, weil es gibt auch links, das gehört zum politischen Spektrum dazu. Und dass die böse Frucht der Nancy Faeser, unser Land zu spalten und, man muss sagen, eine einmalige Hetzkampagne und Medienjagd gegen konservative rechte Parteien hier in Deutschland vom Zaum bricht, Wirkung zeigt. Die Frucht ist und die Saat ist aufgegangen. Wir scheinen mittlerweile auch in höheren Etagen politisch einwandfrei funktionierende Apparatchecks zu haben. Und da nehme ich Prof. Dr. Reuter nicht aus, den Chef des Sparkassen und Giroverbandes, der sich ja auch schon sehr negativ in seiner Funktion hier geäußert hat. Ich habe neueste Informationen, dass zum Beispiel der Bundestagsfraktion hier bei der Berliner Sparkasse ein Konto verweigert wird. Weiterhin habe ich durch die Aufklärungsarbeit, wir informieren ja die Menschen, mitbekommen das wohl. Wir wollen aber da natürlich dann auch Ross und Reiter und Belege und Beweise haben, dass kein Einzelfall sein kann und wird, wenn es in einem Programm hinterlegt ist, auch bundesweit. Die Hamburger Sparkasse steht da im Verdacht. Die LBWBW, viele andere Sparkasseninstitute. Also ich bin geschockt und es passt in das Bild. Es ist mit einer Weile in Deutschland links losgetreten und peinlich, dass die CDU und die FDP hier als Partei der Bürgerrechte mitmachen. Eine Hetzkampagne, die ihren ersten traurigen Höhepunkt in dem Attentat auf Tino Chrupalla fand, die weitergingen mit den Bedrohungslagen bei Alice Weidel. Jeder weiß von Beschmierung und Zerstörung, Sachbeschädigung. Wir erinnern uns an den Fall Jurka. Also alles, was wir erleben mussten, da ist das, dass Herr Habeck von der Fähre nicht kommt oder Frau Lang mal bepöbelt wird von Bauern wegen einer schlechten Politik. Das als Verrohung zu betrachten, da muss man sagen, dann haben die die letzten Jahre nicht mitbekommen. Und ich glaube, wir sind in Deutschland gerade sehr gefährlich unterwegs. Und das müssen wir labe nennen. Wir müssen jetzt mutig sein und uns dagegen stellen. Und ich hoffe auf wirklich breite Unterstützung bei den Menschen, die in Deutschland noch ein Gewissen haben. Wenn man sich das jetzt noch mal vor Augen führt, also Drohbriefe an Kunden, weil sie ein paar hundert Euro irgendwie an die AfD spenden, Mitgliedsbeitrag oder Spende, was auch immer. Die AfD-Bundestagsfraktion bekommt hier in Berlin kein Konto bei der Sparkasse. Jetzt ist es ja aber so, dass die Sparkasse als Anstalt sozusagen eine ganz besondere Rolle hat in Deutschland. Und wir haben ja immer noch Gesetze. Wir haben auch ein Neutralitätsgebot. Inwiefern verstößt die Sparkasse gegen dieses Neutralitätsgebot, dem sie ja eigentlich untergeordnet ist? Ganz eklatant. Ich bin ja ein Sparkassenkind und werde das auch mal bleiben. Ich habe in so einer Sparkasse sogar meine Lehre, damals noch so hieß es, oder Ausbildung absolviert. Die Sparkasse, gerade die öffentlich-rechtlichen, es gibt auch private. Die Haspa ist so eine Ausnahme, ja? Die unterliegt da nicht ganz, genau, die Hamburger Sparkasse nicht so ganz diesem sehr scharfen Regime. Und selbstverständlich hat die Sparkasse, das hat ja auch den Einfluss, sie muss jedem Menschen, auch Menschen, die beispielsweise mit einer Kontofindung und anderen Dingen, sozialen Härtefällen, ein Konto anbieten. Weil man heute sagt, wenn jemand kein Girokonto hat, kann er keine soziale Teilhabe, kann er am öffentlichen Leben gar nicht teilnehmen, geschweige denn, dass er Geld hat, beispielsweise Bürgergeld, schönes Stichwort, empfängt. Und Gleiches gilt natürlich auch für Parteien, Vereinigungen, Organisationen. Und hier hat eine Sparkasse aus meiner Sicht, ganz persönlich, einfach für sich mal entschieden, im vorauseilenden Gehorsam, weil Herr Reuter hat es ja vorgegeben in einer Rede, hat er sehr negativ über die AfD sich geäußert. Und das als Chef des Sparkassen- und Giroverbandes. Sein Vorgänger war da sehr neutral und fair auch im Umgang. Kann ich auch aus den Gesprächen, die ich immer mit ihm hatte, sagen. Ich habe bisher nicht ein Gespräch. Und das steht den Sparkassen nicht zu. Das ist rechtlich klar hier als Verstoß gegen ihr Neutralitätsgeburt zu werten. Und deswegen umso mehr, dass wir hier klar aufstehen, Farbe bekennen und diesen Sachverhalt als solchen auch benennen. Übrigens passt er auch ins Bild. Das ist das erste Mal, dass kein Vertreter, war ich sonst immer eingeladen zum Frühjahrsempfang, der Sparkassen- und Giroverbandes hier in Berlin. Das fand in der letzten Woche statt. Und wir haben alle keine Einladung vom Finanzausschuss bekommen, auch wohl die Fraktion nicht. Ich habe dann einen Kollegen hingeschickt, der wurde unter Ach und Weh dann reingelassen. War denen auch nicht peinlich. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns hier benennen, wir müssen uns wehren. Wir haben jetzt Zustände mittlerweile, die so in einem angeblich demokratischen Land mit demokratischen Regeln nicht mehr akzeptabel sind. Und da trägt auch jeder Bundestag zu bei und das Verhalten der anderen Parteien. Ich bin auch gerade als Geldwäscherbeauftragter, das war eine Idee von mir, das 28a-Gremium einzuführen. Gerade natürlich wieder nicht gewählt worden, das war klar. Aber ich glaube, das und das die Presse jetzt aufgefordert, die fordere ich auf. Ich bedanke mich auch bei einer Tageszeitung, die das jetzt exklusiv, das Verwertungsrecht mit den Belegen auch von uns, von mir bekommen hat. Also wir müssen uns da wehren, ganz klar. Das geht so nicht. Sie hatten das gerade nur ganz kurz angerissen. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal auf die Vorfälle da in Mittelfranken-Süd bei der Sparkasse und diese Drohbriefe an die Endkunden komme. Was genau sagt denn die Sparkasse zu diesen Vorwürfen? Also weiß sie die von sich oder wie konnte das passieren, wenn wir jetzt mal das glauben, was die Sparkasse öffentlich sagt? Also dort haben wir in beiden Briefen bekommen, also wir haben noch ein zweites Mal nachgefragt, haben auch angedeutet, dass uns Informationen vorliegen, wie eben das Schreiben des Geldwäschebeauftragten mit der Auswertung, auch der Brief der Kundenbetreuerin. Und ich glaube, hier verfährt man nach dem Motto, die kleinen hängt man, die großen will man laufen lassen, so wie Herrn Reuter und den Chef dieser Sparkasse. Den forder ich übrigens auch hier zum Rücktritt ganz offiziell auf, weil er einen Volksvertreter aus meiner Sicht angelogen hat. Es soll dort eben auf einen persönlichen Fehler, es ist aus Versehen menschliches Unvermögen, ein bedauerliches Missgeschick, so wird es im Brief dargestellt. Und nochmals, eine Eingabe in diesem scharfen Geldwäscheüberwachungsprogramm ist kein menschliches Versagen, es ist planmäßiges, strukturelles Handeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, als Volksvertreter, als der ich mich hier sehe, der hier nachfragt, auch noch als finanzpolitischer Sprecher, komme ich mir hier ziemlich hinter die Fichte geführt. Von einem Vorsitzenden einer Sparkasse und ich glaube, der muss seinen Hut nehmen, weil er ist weder noch ein Vorbild für seine Sparkasse und seine Mitarbeiter, noch ist er für mich ein Beispiel für Demokratie, Gleichbehandlung und den Auftrag, nämlich für entsprechende Gleichbehandlung, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren. Und insoweit fordere ich den ganz ultimativ zum Rücktritt auf, ansonsten soll vielleicht Prof. Dr. Reuter, wenn er noch etwas Anstand hat, hier den entsprechenden Druck ausüben, dass dieser Herr seinen Stuhl räumt. Sie haben es gerade auch mal angesprochen, genau, Sie sind Volksvertreter, Sie sind Parlamentarier hier im Bundestag. Dadurch haben Sie gewisse Werkzeuge, mit denen Sie eben auch parlamentarisch jetzt arbeiten können. Das würde ich tun, ja. Genau, was haben Sie schon getan und was kommt jetzt auch auf den Weg vielleicht? Zeitgleich kann ich sagen, ist die Bafin informiert worden, weil ich auch ein Verwaltungsbeirat der Bafin bin. Oh Wunder, kann man an der Stelle sagen, wer weiß, vielleicht wird man das auch noch versuchen auszuhebeln. Und ich habe sowohl Mark Branson, den Präsidenten, den Chef der Bafin informiert, als auch seine Mitarbeiter. Und ich werde alles versuchen, auch das hat man mir zuerst versucht, ein bisschen madig zu machen, kann ich so sagen. Wir haben aber die Belege jetzt vorgelegt, haben uns informiert und ich glaube, es ist mein gutes Recht als Verwaltungsbeiratsmitglied hier entsprechend diesen Tagesordnungspunkt zu behandeln, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu bringen und nach diesen Vorgängen und ich sage mal der Unaufrichtigkeit im Minimum juristischer Art mir gegenüber, aber auch den Kunden gegenüber und anderen Kunden und auch da liegt mir vor, dass Kundenberater bei anderen Kunden angerufen haben sollen. Bin ich der Meinung, dass hier eine Sonderprüfung aller Sparkassen vonnöten ist, ob es sich hier tatsächlich um ein systemisches, klar für mich rechtswidriges Handeln gegen eine demokratisch absolut legitime Partei ihrer Vertreter, hier in Berlin ja auch. Das ganze Handeln lässt auch darauf hindeuten, uns nicht einzuladen zum Frühjahrsempfang. Es gibt weitere Fälle, die aufgepoppt sind. Also insoweit werden wir die Bafin hier einschalten und ich erwarte auch hier von der Bafin, dass sie entsprechend ihren Aufgaben dann nachkommt. Das werde ich aber im Verwaltungsbeirat, diese Sitzungen sind geheim und vertraulich, dann auch nochmal vorbringen. Der Bafin jedenfalls liegen auch die Unterlagen jetzt vollständig und umfänglich vor und jetzt erwarte ich auch da entsprechendes Handeln. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir haben schon gesagt, das ist hier heute der Auftakt. Das ist, glaube ich, eine größere Sache. So sieht es auf jeden Fall aus. Wir schauen mal, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Und an dieser Stelle werden wir uns... Darf ich noch eine kurze Bitte äußern vielleicht, Frau Seidler? Und zwar, ich weiß ja, dass viele Menschen, Sympathisanten und Mitglieder, auch unserer Partei diese Sendung verfolgen, die ihr hier produziert und die sind auch klasse. Ich bitte alle, vielleicht kann man da ja nachher eine E-Mail-Adresse oder Ähnliches einblenden, sich hier im Bürgerbüro unserer Partei zu melden, dem Ähnliches geschehen ist. Also so ein bisschen wie Aktenzeichen XY und ungelöst, dass man uns wirklich informiert, wenn es geht auch mit Belegen, mit Zeit, Datum, worum es ging, um welche Höhe der Zahlung, bei welcher Sparkasse, was passiert ist. Das würde mir, uns ein, ungemein helfen, den Fall und den Sachverhalt voranzubringen. Das wäre lieb, vielleicht könntet ihr das und auch hier die Redaktion für uns tun. Genau, wir machen am Ende noch einen kleinen Aufruf und auch mit E-Mail-Adresse für die Bürger. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Herr Gottschalk, danke für Ihre Zeit heute. Gerne, Frau Seidler. Und jetzt, liebe Zuschauer, sind Sie gefragt. Haben Sie selbst schon Ungereimtheiten mit der Sparkasse in Bezug auf die AfD erlebt? Melden Sie Ihren Vorfall gerne an unser Bürgerbüro. Das Bürgerbüro erreichen Sie unter bürger-at-afd-bundestag.de. Es wird auch hier unten eingeblendet, bürger-at-afd-bundestag.de. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.